Hallo Welt, da sind wir wieder und wir haben eine Aufgabe bekommen von Jarl Balgruv und zwar die Flüstertür. Balgruv, der Ältere, der Jarl von Weißlauf, hat ein Sorgenkind. Er hat mich gebeten, dem Jungen zu helfen. Finde heraus, was mit Nelkir nicht stimmt. Na, ob wir das wirklich machen sollen? Oh, Nelkir, hallo, was stimmt nicht mit dir? Wow, schau sich einer dieser Robe an. Seid ihr ein Zauberer? Ja, aber sowas von, ja sicher, was denkst du denn, warum ich so eine Robe trage hier? Was ist denn mit dir? Du bist wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Was? Gut gemacht. Die einzigen Erwachsenen, die mit mir reden, sind die, mit denen ich nicht reden möchte. Dein Vater denkt, du bist voll hässlich. Und, was sagst du jetzt dazu? Also schickt euch das widerliche Schwein, um mich zu nerven? Eines Tages zerlege ich ihm seine Visage, damit er mich alleine lässt. Mein Vater weiß überhaupt nichts über mich. Aber ich weiß Dinge über ihn und über den Krieg, mehr als er sich vorstellen kann. Moment, Moment. Was denn für Dinge, weißt du? Ich weiß, dass er immer noch Talos anbetet. Dass er die Talmor fast so sehr hasst, wie es die Sturmmäntel tun. Dass er Angst davor hat, aus Weißloch verjagt zu werden. Dass er, dass ich, dass ich nicht dieselbe Mutter hab wie mein Bruder und meine Schwester. Woher wisst ihr all diese Dinge? Das Schloss ist alt. Es gibt eine Menge Orte, an denen seit Ewigkeiten keiner mehr war. Orte, an denen man Dinge hören, Dinge sehen kann. Und die flüsternde Dame. Hey, 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 hey. Du sollst nicht mit Fremden sprechen. Ach so, du hörst nur zu. Wer ist denn diese flüsternde Dame? Können wir die auch kennenlernen? Hat die eine Telefonnummer? Sie verrät mir ihren Namen nicht. Ach. Ich bin mittlerweile gut darin, an Schlüssellöchern zu lauschen. An der Tür im Keller höre ich sie zu mir sprechen. Ich dachte, dass man mich erwischt hätte. Aber sie hat angefangen, mir sogar noch mehr Geheimnisse zu verraten. Aber ich kriege die Tür nicht auf. Kein Problem. Ich mach das für dich. Wo finde ich denn diese Tür? Im Keller. Keine Angst. Ihr werdet sie nicht übersehen. Ich wette, dass sie auch zu euch sprechen wird. Na dann. Kommst du mit? Können wir auch Kinder als Begleiter mitnehmen jetzt? Bis dann. Ist mir das vorher noch nie aufgefallen. So ein freches Kind dabei haben. Hat vielleicht was. Äh, weißt du was? Ihr braucht etwas? Wie viel? Ja, du bist ein Kind. Also... Pfff. Keine Ahnung. Gibst du uns vielleicht noch was, damit du mitkommen darfst? Schon gut, schon gut. Ihr habt mich überredet. Ah, cool. Drachenfeste, Kerker, verfolge aktive Begleiter. Ach so. Kommst du jetzt mit? Hallo. Ich kann Outfits, kann ich vergeben. An Kinder sogar. Interessant. Bis dann. Ja. Ich, äh, wir gehen jetzt hier mal gucken. Ne, das ist gar nicht richtig hier drin, oder? Ne, überhaupt nicht. Da ist eine Treppe nach unten, zack. Egal, ob das richtig ist oder nicht. Wir benutzen die Treppe nach unten ein. Schön, euch zu sehen. Ja, ne? Ich freue mich auch. Ich bin kein Mann. Ich bin eine Waffe in Menschengestalt. Ach so. Man muss mich nur ziehen und auf den Feind richten. Das hat sich angehört. Ich bin kein Mann. Ich bin eine Frau. Nein, eine Waffe als Menschengestalt. Ich kenne euch doch. Dover Krieg. Ich hätte eigentlich ein neues Kleid aus Einsamkeit bekommen sollen, aber das schafft es nie bis hierher. Kann das sein, dass das Sound irgendwie komisch ist? Wie viel? Kommst du auch für 75 mit? Schon gut, schon gut. Ihr habt mich überredet. Cool. Okay. Ach, wir haben bald eine ganze Bande Kinder. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Also übe ich mit meinen Fäusten. Oh, oh. Das ist auch nicht richtig. Oh. Ja, scheinbar nicht so ganz. Es sind viel zu viele Leute hier. Total der Familienausflug jetzt. Ich finde es gut. Wo ist denn der Flüsterer? Junge, kannst du mal vorgehen, bitte? Ich finde den Weg nach unten nicht. Kerker. Also ich schlage vor, wir gehen durch den... Ach, oder ist das draußen? Nee, kann nicht sein, weil... Das Symbol... Guckt euch doch mal alleine nur das Symbol an. Ach, hier. Das Symbol zeigt nämlich an, wir müssen durch keine Tür gehen. An Tür lauschen. Endlich. Ich habe auf jemanden gewartet, der geeigneter ist, meinen Willen auszuführen. Das Kind ist enthusiastisch, aber ihm fehlen die Methoden. Ist da jemand hinter der Tür? Leider kann ich eure Ebene so direkt nicht erreichen. Aber ich vergebe euch, dass ihr nicht wisst, wer ich bin. Nur wenige hören heute noch mein Flüstern. Ich bin Mephala, die Fürstin des Flüsterns. Ich ziehe an dem Netz der Verbindungen zwischen den Sterblichen. Liebe. Hass. Treue. Verrat. Der Junge war gut darin, Geheimnisse aufzuspüren. Von euch erwarte ich eine aktivere Rolle. Was soll ich tun? Zunächst müsst ihr diese Tür öffnen. Ein Teil meiner Macht wurde dahinter eingeschlossen. Und selbst meine Augen können nicht an den Siegeln vorbeisehen. Es wäre mir viel lieber, wenn dieser in den Händen einer so ehrgeizigen und fähigen Person wie euch läge. Ach, das ist ja nett. Aber wie öffne ich denn die Tür? Paranoia und Spannungen haben ganz Weißlauf erfasst. Der Hof des Jarl fürchtet mit Recht die Macht, die ich hinter dieser Tür besitze. Der Jarl traut nur wenigen, und diese werden sein Verderben sein. Das dunkle Kind weiß, wovon ich rede. Es soll euch auf eurem Weg geleiten. Nelkia? Hast du... Oh, ein Kleiderschrank. Mit einem Hut. Nelkia, wo bist denn du? Entschuldigt. Danke. Ach so, noch ein bisschen weiter. Oh. Ja. Und noch ein bisschen weiter. Oh. Du kannst ruhig weiter zurückgehen. Oh. Na, mach ruhig nochmal. Danke. Junge. Du kommst gar nicht mit nach unten. Feigling. Sag mal. Ich wette, ihr könntet einen dieser fiesen alten Drachen töten. Es gibt sicher nichts, was ihr nicht könnt. Du weißt doch bestimmt, wie man die Flüstertür öffnet, oder? Ich habe euch doch gesagt, dass ich alles über das Schloss weiß. Aus irgendeinem Grund ist diese Tür was Besonderes. Nur zwei Leute können sie öffnen. Balgru und Fahrengar, der Hofzauberer. Eure Sache, wie ihr es aus denen herausbekommt. Glaubt mir, niemand würde merken, wenn Fahrengar fehlt. Ich verstehe. Ich verstehe. Na dann. Ich diene Jarl Balgru als Vogt. Das wollte ich gar nicht wissen, aber okay. Was benötigt ihr? Hey. Ich brauche einen Schlüssel zur Flüstertür. Dann flüstert sie nicht mehr demnächst. Ich höre. Kriege ich den Schlüssel? Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Ich habe eine Stadt zu führen. Ah, ich verstehe. Die Göttlichen sind euch Holt, mein Freund. Na, du bist immer so nett. Es tut mir so leid, dass ich dich gleich beklauen muss. Schön, euch zu sehen. Ich, äh... Wenn wir ihn als Begleiter anheuern und sagen, er soll die Tür öffnen, dann macht er das bestimmt, oder? Vergesst nie, dass euer Verstand eure schärfste Waffe ist. Oh, Moment mal. Der Bogen der Schatten. Elender Dieb! Ich lasse euch leben. Diesmal. Ich war das ja auch gar nicht. Den hat er sich wieder geholt, oder? Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Der hat denn immer noch den Schlüssel, hat er sich wieder geholt. Elender Dieb! Los, mach irgendwas. Sei abgelenkt. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Da ist er zu konzentriert, wenn er da an seinem... Was war das eigentlich? Alchemitisch oder Arkanenverzauberer oder so. Wenn er da steht, dann... Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Nein. Ich... Als... Als... Bräuchten wir deine Hilfe. Oh, eben Erzklinge und eine Warnung. Erstmal die Warnung lesen. Erstmal das Schwert. Vorsicht, dieses Schwert ist scharf. Moment. An all jene, die dies hier lesen, hütet euch vor dieser Klingel. Ich hoffe, dass die einzigen, die Zugang zu diesem Raum haben, der Jarl von Weislauf und sein getreuer Zauberer sind. Falls jemand anderes dies hier lesen sollte, bitte ich ihn, das Ausmaß seiner Torheit zu erkennen, zu gehen und niemals auch nur irgendjemandem darüber, ein Sterbenswörtchen über diesen Raum und diese Klinge zu verlieren. Sie verdarbt die Sehnsüchte großer Männer und Frauen. Dennoch ist ihre Macht ohnegleichen und sie tötet, während euer Opfer euch anlächelt. Nur ein durch und durch verkommener Daedra kann sich eine derartig boshafte und unredliche Waffe ausgedacht haben. Aber alle, die sie führten, waren am Ende so wahnsinnig wie jede wilden Männer, die durch die Hügel streiften und sich mit Kaninchen unterhalten. Mir, mit mir, mit ihr ist nicht zu spaßen. Nicht einmal die heißesten Feuer der Himmelsschmiede vermochten sie zu schmelzen. Selbst die Kohlen erkalteten, als die Klinge sie berührte. Wir können sie nicht vernichten und sie darf nicht in die Hände unserer Feinde fallen. Deshalb verstecken wir sie tief in der Drachenfeste, auf das sie nie benutzt werde. Wählt jedem, der sich entscheidet, Sehnsicht zu nehmen. Oh, das nehmen wir schon mal mit. Ja, perfekt. Eine bessere Klinge kriegen wir also scheinbar gar nicht für unser Geld. Her damit! Ausgezeichnete Arbeit. Ich glaube, ihr seid scharfsinnig genug, um zu bemerken, dass die euch bekannten Beschreibungen der Ebenerzklinge nicht zu diesem Schwert passen. Es musste zu lange auf die Winde des Bündnisses und Farads verzichten. Aha. Um zu alter Pracht zurückzukehren, muss es erst das Blut der Täuschung trinken. Es ist bewundernswert, wie sehr eure Welt von Lügen und List durchdrungen ist. Meine Klinge ist wie ein Blutegel, der sich von Täuschungen ernährt und seinen Meister stärkt. Geht zu denen, die euch am nächsten stehen. Der letzte Schlag ihrer fehlgeleiteten Herzen wird meine Klinge beim Lied eurer Erhabenheit begleiten. Wir haben die Flüstertür abgeschlossen. Ich wollte mal gucken, was die kann, aber ich wollte dann auch gucken, ob es da noch was anderes jetzt gibt. Ach so, demnächst, ab der nächsten Folge oder übernächsten Folge, werden wir hier mit den Magiersachen weitermachen. Ja, dann können wir das schon mal auswählen vielleicht. Finde Tolf Diers Buch. Ich glaube, das könnte auch noch dazu mitgehören. Ach, das ist ja klar. Hier steht es doch auch. Ich habe Tolf Dier von dem Buch Die Nacht der Tränen berichtet. Die Kugel aus Sartal scheint ihn schwer zu beschäftigen und er hat sich so seinen eigenen Gedanken gemacht. Lass dich von Tolf Dier einweisen. Und das hat nicht geklappt. Aus irgendeinem Grund. So. Was? Ihr kennt die Fluster, eine Dame, nicht wahr? Das spüre ich. Ja, ich glaube, es war ein großer Fehler, dich zu rekrutieren. Jetzt denke ich, es ist Zeit für dich, wieder nach Hause zu gehen. Genug der Abenteuer. Aber du warst sowieso so feige, dass du oben in der Küche gewartet hast. Wehe, du beleidigst uns nochmal. Dann gib sofort einen Satz heißer Ohren. Ja. Und du hier? Pass gut. Absurd, dass wir in diesem Skeverloch von einer Stadt keine guten Süßkuchen bekommen. Ich hätte einen für dich, aber ich entlasse dich jetzt lieber mal aus meinem Dienst. Da ich deinen Bruder nicht mehr brauche, kann ich mit dir auch nichts mehr anfangen. Und tschüss. Tschüss. Und euch behalte ich noch eine Weile. Immer nett sein zu Kindern. Ja, die, die müssen gleich... Ich dachte, das wäre eine Treppe. Wieso habe ich hier gerade eine Leiter gesehen? Keine Treppe. Ihr seid der Beste. Ach was. Lydia. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Warum denn auf einmal? Hat uns wer verhext? Ach so, ich wollte mir angucken, was diese Klinge jetzt drauf hat. Die muss ja richtig gut sein. Eben, Erzklinge. Absorbiert die Lebensessenz deiner Feinde. Wird durch das Blut der Täuschung verstärkt. Okay, das müssen wir dann ja mal ausprobieren. Und tatsächlich, warum haben wir auf einmal so viel Gewicht? Plötzlich. Oder andersrum. Wieso können wir auf einmal so wenig tragen? Haben wir vielleicht Hunger? Oder Durst? Oder beides? Das kann ja nur daran liegen, eigentlich. Überladen, natürlich. Geringer Hunger. Ah ja, okay. Leicht hungrig, deswegen haben wir wohl etwas an Tragkraft. Haben wir wohl verloren, oder? Ne, sieht nicht so aus. Dann, 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 dann. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was können wir denn dann machen jetzt, gewichtstechnisch? Butter essen? Na ja, wir schmeißen mal hier so ein Fleisch auf den Boden. Drei. Ach was. Immer noch nicht. Oh, das ist aber auch ein großes Stück Fleisch. So, in der nächsten Folge werden wir weiter den mächtigen Mondstein suchen. Und hoffentlich dann auch der Magier-Geschichte weiter nachgehen. Wartet! Ich bedanke mich. Ich kenne euch doch. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der lange Winter. Tschüss. Lasst uns nach der Rinn gehen oder in eine Höhle. Nur weg von hier. Das ist ihr, das Land, das mir gehört. Dies tue ich für euch. Das ist das, was ich mich für euch. Das ist das, was ihr in der Höhle.